Hallo, hier ist der Pferde-Podcast. Wir erwachen aus dem Winterschlaf und sind am Montag wieder da mit einer neuen Folge. Und Gästen. Ina Tens und Lynn Rasmussen erzählen über ihren grandiosen Stempelhengst-Podcast, in dem es um die Legenden des Reitsports geht. Ina und Lynn reden mit Züchtern, Besitzern und Reitern der Stempelhengste und entlocken ihnen faszinierende Geschichten. Zum Beispiel Matthias Rath über das Millionenpferd Totilas. Er hat eine ganz gewisse Art, über fremde Haufen rüber zu steigen. Das hat er schon. Also er tritt nie rein, das würde er nicht tun. Er macht immer so eine ganz spezielle Bewegung über den Haufen drüber, um dann nochmal einen kleinen Haufen von ihm draufzusetzen. Außerdem erzählt Jenny, wie es unserem ACDC geht. Streicher Manni ist wieder am Start und wir haben einen neuen Nicole-Weidner-Gag auf Italienisch. Nicole Weidner, Campionessa Europäa. Hat sich in einer S-Dressur dreimal verritten. Es war in einem Dress, Jesse. Cavalcato drei Mal. Mann, Mann, Mann. Uomo, Uomo, Uomo. Der Pferde-Podcast kommt aus dem Winterschlaf zurück. Am Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Herr Rath über das Ya 8. Barter mit Speixed. Marst du in Frank-Mann. Mann, Mann.